Ich kann jetzt ganz viele bunte Dinge bauen. Ich habe 4.206 Münzen. Ich habe 2.600... Ich glaube, ich bastel mal hier nach... Moment, die fliegen ja hier entlang, ne? Du könntest... Yo! Eine Anti-Luftabwehr baue ich jetzt. So viel Leben haben die doch bestimmt nicht dafür. Ich kann die... Ich weiß nicht, wie viel Leben die haben. Ich auch nicht. Deshalb probier's ja. Yo. Ich setze hier noch ein paar Fallen hin. Und ich glaube, ich mache mal vor Fun wieder so ein Zwerg hier hin. Und ich habe hier jetzt ein paar Sprungfallen gebastelt. Mal sehen, wie die sind. So, ich kann noch ein Teil hier hin bauen. Baue ich mal hier hin. Und dann drücke ich G. G. Ich habe noch 6 Münzen. Ich bin pleite. bing, 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 bing Boa Barnes Duh. Siehe mich auf der Map! Bzw. siehe mich im Portal! Ooooh! Ah! wunderschön jetzt können die Fieger da oben in der Luft aber auch nichts mehr jetzt kommt noch schlimmer wenn ich nicht so riemen weil sonst sind meine Fallen ich meine versprühen ja selber sollen aber trotzdem kommt drauf an in manchen Spielen sind sie ja dann resistent wenn sie die Fähigkeit selbst haben und man die dann dann gegen sie einsetzt die kaputt Diablo ist ja genau nur so ein rummetzel wie hier da bleibt das Blut dann auf dem Boden liegen ja ne das kann man nicht so sagen es bleibt nur länger ja hier bleibt ja gar nichts liegen siehst zwar so ein paar rote Funken aber das war es auch und du siehst auch die Platze manchmal es ist halt kein Hackenslay naja irgendwie schon aber hier kaputt einfach man von dem Genre her ist es kein Hackenslay oh ich bin vergiftet das sind die Viecher da oben ne ja ihr seid nervig ja nervige kleine Bastarde haha der Zauber so muss das aussehen betörst du wieder Orks nein Steingolems hast du was ganz anderes wieso sollte man Steingolems betören können sind auch Nebelwesen die wollen auch ihre Liebe mein Gott ja nein doch wie soll man nicht lieben ganz im Ernst wer liebt so ne Scheiße hä was ist das hier was hast du getan einfach mal so Sprungbein aufgebaut boah löst aus du behinderte Scheiße hier hier ist ne Kugel löst aus dann halt nicht du musst schon treffen damit die bleiben aber auf dem Boden liegen also da erwarte ich schon ein bisschen mehr ich erwarte von den Orks dass die mal ein bisschen hier mal mehr in die Fallen reinrennen irgendwie habe ich das Gefühl dass wir die Wellen hier auch schaffen würden mit Halbsehungen fallen die Fallen Luft Luft fast nicht um die Fallen herum aber die lösen irgendwie immer nur dieselben aus die in der Mitte oh nicht die Viecher schon wieder da warte mal das ist jetzt die fünfte Welt uuuh das ist erst die fünfte oh Gott ähm das ist ganz schön viel in der Luft ich hoffe der ne Fallen wird wahrscheinlich jo funktioniert tadelhoff yes jo also ich ja geht's noch relativ wow äh hier kommt zu langsam was an mein kleiner Zwerg kriegt grad ziemlich aufs Maul ich bin tot wie es waren diese miesen Explosionsviecher Noob man hm man Frau die hat gereimt wer hat gereimt die die hat gesagt saurer Regen ist nichts dagegen und so sterbt nun ihr schädige Pestilenz ha kill 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 die 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 uuuh uuuh Wingardium Nebiosa naja irgendwie nicht aber du kannst ihn nicht zum Schweben bringen doch obwohl einmal hast du es irgendwie geschafft doch ich kann ihn zum Schweben bringen es gibt hier es gibt hier tatsächlich das habe ich gesehen es gibt eine Waffe die kann nicht dazu schweben die kann die aufheben und wegwerfen aufheben und wegwerfen hua ich weiß nicht wie heißt denn nochmal zermitrieren was ach keine ahnung ist mir doch egal ach komm mit Hörung macht die mal fertig da ich liebe es Dinge aufzuheben und wegzuwerfen am liebsten Stein ist das Stein in dem ach ach lass Mr. Stein Ruhe Mr. Stein ist hier AHHHHH warte ich ich will jetzt ich hab nix gegen Mr. Stein ach so die kann man auch mit Einzelangriffen kaputt machen das ist schön diese boah jetzt schiebe ich schon auf den Slick AHHHHH ja ich merk schon langsam also ich bin vergiftet und ich ja ich hab so langsam das Gefühl dass das echt knapp hier später wird oder jetzt gleich wird das Gefühl dass ich hier ein paar Zwerge hinklatsche ich hab das Gefühl dass ich so ein Gefühl habe Moment wo kann ich hier ich habe hier so ein Gefühl hast welches ich auch habe so mach ich hier mal klatschen die hier unten drauf mal sehen ob das klappt na Zwerge warte mal von oben kommen die Viecher ja auch das heißt ich mach hier mal auch oben ein paar Fallen dran wenn ich es könnte warte wo hast du sie noch nicht befestigt hier Abwehr komm hier dran ach da oben kann man auch noch was platzieren wie kommt man denn da oben hin gar nicht ich merke schon Scheiße ich hab zu wenig Geld naja ich habe 41 äh credits dann 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 mein Gott äh dann geh nee äh hier geh geh sollen sie nur kommen also die Bodenschützen machen aber ordentliche Arbeit hab ich ja schon mal gesagt ja was die Bodenschützen mhm mein Gott kommen da viele ich kann das nicht so einschätzen wie viel die Bogenschützen dann machen ui der Ork äh Ork der Zwerg kann aber schon ganz schön weiß werfen der Zwerg er hat halt äh sehr muskulöse Oberarme mal sehen ob's klappt Moment scheiße lebt der etwa springt der da jetzt runter oder was wer nein nein das darf nicht sein ja was tut du er hat den Ork katapultiert oh nein sie greifen die oh oh sie greifen die Bogenschützen an die oh juh hier ist so schmerz also die elementaren sind so uah ihr dreck sieger ihr werdet mich nicht töten das werde ich euch nicht erlauben schnell Die vorletzte Welle. Nein, nein, ich brauche... Ich wurde geheilt. Gott sei Dank. Jetzt wäre ich auch fast gestorben. Warte mal. Wie oft bist du gestorben? Einmal. Das heißt, das kann an sich nicht unsere Lebensanzeige sein. Weil vorher war das ja 30 und jetzt ist es auf 27. Meine Falle wie... Und wenn sie da oben hin landen, dann sind sie eh tot. Oh, wie schlecht. Nein, ich habe wieder die Viecher. Welche Viecher? Die Fliebviecher. Liegst du auch auf die drauf? Böse. Die sind aber böse. Mein Gott, wo die Gnärten sind. Ja, ich helfe mal. Wo sind sie? Hast schon alle gekillt. Was? Nein, nicht. Ich wollte dir gerade helfen, aber nein. Was nicht? Ja, Nico, den muss ja wieder alles alleine machen. Musst du gar nicht. Ich weiß. Das ist sie wieder. Da oben, sie fliegen, sie fliegen, sie fliegen. Ich fände sie so böse. Warum gibt es die? Na, scheiße. Weil sie dich nerven sollen? Ich merke. Hey. Na, du. Guck mal da hinten. Hey, was machen denn die? O-Gasen. Oh, vor allem hier. Die O-Gasen. Die Elementare, meinte ich. Sind ja keine O-Gasen. Ah! Bei mir sind jetzt auch noch welche. Scheiße. Ah. WTF. Meine Fallen haben die voll zerstückelt. Also, ich kann hier ohne Probleme Elementare durchlaufen lassen. Die werden direkt zerhäckselt. Okay. Ja. Der Zwerg erledigt hier den Rest. Ich mach mal noch ein paar Zwerge. Zwerge, Zwerge, ganz viele Zwerge. So. Wie, hab ich noch ganz schön viel hier, die ich, äh, ne? Irgendwie gefallen mir so lange hier die Zwerge. Also, die Masse von den Zwergen macht's. Und die haben eine sehr muskulöse Oberarme und können weit werfen, deswegen. Das ist wohl wahr, die Zwerge haben's drauf. Aber sie können sich nicht bewegen. Hui. Oh, mein Gott. Sie können dafür aber schöner sterben. Und sie halten ein bisschen die Orks auf, bevor sie sterben. Jemand soll aber diese hässlichen Fiecher da oben aufhalten. Äh, ich seh keine. Ja, sind auch alle tot. Boah, wie soll ich sie dann aufhalten, wenn da keine mehr sind? So, ich geh dann. Okay, stell's mir jetzt vor. Die Fickade, alle... Oh, da sind sie wieder. Ich hab sie mir zu doll vorgestellt, dass sie wieder aufgetaucht sind. Oh, ne Scheiße. Mann. Hast du sie? Ja. Warte. Oh, ich hab jetzt auch ohne. Jetzt spucken sie sich an. Ne. Warte, ich bleib einfach in meinen Beinen stehen. Die Orks sind mir jetzt so oberstfront egal. Aber sind das viele Orks, ich glaub, das sind das. Weil an sich heißt das Spiel ja, Orks must die. Aber die Viecher da oben sehen nicht aus wie Orks. Ja, die müssen ja auch nicht sterben. Hui. Boom. Und Mann. Okay, dann lass sie leben. Haha. Komm, du vier. Ich denk mal, nein, da kommt immer noch mehr. An sich ist es die letzte Welle, also so viel dürft ihr hier nicht mehr auftauchen. Jo. Was ist das denn? Ich hab irgendwas aufgesammelt. Es sah schön aus. Ja, es sah aus wie ein Stein. Ja, es sah aus wie ein Stein. Ey, gib mir den Stein. Es tut mir leid, ich hab ihn nicht mehr. Er ist weg. Er ist gepufft. Weg. Mann, Stein. Ich glaub, ich glaub. Yes! Ich dachte schon. Und? Oh, drei. Super. Ein neues Endlose-Level wurde freigeschaltet. Was ist das denn? Verdrescher. So sick. Dreht sich und stößt Gegner umher. Muss nach dem Auslösen zurückgesetzt werden. Ja, das macht's eh automatisch mit dem Zurücksetzen. Irgendwie nicht. Doch. Ich weiß es nicht. Naja. Ich sag mal. Leute. Hauen sie. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch Mr. Nicodem und Kronenmark. Ich meinte natürlich Mr. Nicodem LP. Naja. Hauen sie. Jetzt seid ich so pingelig.